Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Waage, dein angeborener Sinn für Gleichgewicht und Harmonie zieht die Menschen oft zu dir hin. Schauen wir uns dein Horoskop für heute an und erforschen wir die kosmischen Energien, die dein Leben beeinflussen. In erster Linie wirst du derzeit von einer Welle der Freude überschwemmt und bist von einem enormen Zustrom an Liebe umgeben. Romantik und Herzensangelegenheiten erleben einen Aufschwung und das Potenzial für grenzenlose Kreativität ist auf dem Höhepunkt. Auch wenn diese Welle der Liebe entzückend ist, musst du dir darüber im Klaren sein, dass Extreme in einer Richtung oft irgendwann zu dramatischen Ausschlägen in die andere Richtung führen. Für heute kannst du jedoch in der positiven Energie schwelgen und dich an dem erhöhten Gefühl von Liebe und Kreativität erfreuen. Das dein Leben erfüllt Deine natürliche Fähigkeit, gut mit anderen auszukommen, ist bekannt, aber es ist an der Zeit, deinen Fokus nach innen zu richten und auf deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Das fällt dir vielleicht nicht leicht, aber der derzeitige Planetentransit unterstützt diejenigen, die auf einem schwierigen Weg sind. Eine Möglichkeit, dein Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, besteht darin, eine strukturierte Routine zu schaffen, die es dir ermöglicht, dich effektiv um deine Gesundheit zu kümmern. Indem du Mahlzeiten, Sport, Erholung und Unterhaltung im Wohraus planst, kannst du sicherstellen, dass deine Bedürfnisse nach Selbstfürsorge erfüllt werden, ohne dass du ständig darüber nachdenken musst. Wenn es darum geht, Geheimnisse oder sensible Informationen mitzuteilen, ist es wichtig, dass du wählst, wem du dich anertraust. Auch wenn andere Interesse an deinen Erkenntnissen oder deinem Wissen bekunden, bist du nicht verpflichtet, alles preiszugeben. Dieser Grundsatz gilt unabhängig davon, ob du dich in einem arbeitsbezogenen Kontext befindest oder nicht. Klatsch und Tratsch oder die Weitergabe vertraulicher Informationen können im Nachhinein zu Komplikationen und Ärger führen. Übe dich in Diskretion und erhalte das Vertrauen derer, die dir vertrauen. In Beziehungen möchtest du oft der Mittelpunkt des Universums sein und genießt die Rolle des wohlwollenden Entscheidungsträgers. Heute musst du dir jedoch vielleicht eingestehen, dass du nicht immer der Mittelpunkt im Leben einer anderen Person bist. Die Menschen haben ihre eigenen Interessen, Prioritäten und Leidenschaften, die über ihre Beziehung zu dir hinausgehen. Zu lernen, ihre Individualität zu akzeptieren und zu respektieren, ist eine wertvolle Lektion, die zu gesünderen und ausgeglichen Ehrenbeziehungen beitragen kann. Lass uns nun die kosmischen Energien erkunden, die in dieser Woche in deinem Leben eine Rolle spielen, wage. Wie andere Sternzeichen auch, erlebst du eine Phase der Transformation. Das Universum inszeniert Ereignisse und Synchronicitäten, die dich in einen entscheidenden Moment führen können. Diese Erfahrung hat das Potenzial, deinen Lebensweg auf tiefgreifende Weise zu gestalten. Egal, ob es sich um eine plötzliche Erkenntnis, eine unerwartete Begegnung oder eine Gelegenheit handelt, auf die du gewartet hast, bleib aufmerksam für die Zeichen und nimm das Unbekannte mit offenem Herzen und neugierigem Geist an. Oft sind es diese bedeutungsvollen Momente, in denen wir die Weisheit und das Wachstum finden, nach denen wir suchen. Vertraue auf den großen Plan des Universums und sei zuversichtlich, dass du diese Zeit des Wandels mit Anmut und Widerstandsfähigkeit meistern wirst. Im himmlischen Bereich tritt Venus heute in die Jungfrau ein und beeinflusst deinen Umgang mit Beziehungen und Verpflichtungen. Während dieses Transits wirst du bei deinen Entscheidungen in Herzensangelegenheiten kritischer und logischer werden. Emotionen treten hinter die Vernunft zurück, wenn du deine Beziehungen bewertest und deine Verpflichtungen festlegst. Dies ist eine Zeit, in der du überlegte Entscheidungen triffst, die mit deinen langfristigen Zielen und Werten übereinstimmen. Allerdings musst du dich heute vor möglichen Spannungen in Acht nehmen. Mars in der Waage steht in einem quadratischen Aspekt zu Pluto, der im Steinbock rückläufig ist, und schafft damit ein Umfeld, das reif für Machtkämpfe und Konflikte ist. Da du eine Vorliebe für Harmonie und Diplomatie hast, kannst du diese Herausforderungen mit Anmut meistern. Es ist ratsam, hitzige Auseinandersetzungen zu vermeiden, da sie schnell eskalieren könnten. Nutze stattdessen deine Kommunikationsfähigkeiten und dein Taktgefühl, um Konflikte gütlich zu lösen. Abschließend, wage, läd dich das heutige Horoskop dazu ein, dich in der Welle der Freude und Liebe zu sonnen, die dich umgibt. Sei dir bewusst, dass Extreme in Zukunft zu gegensätzlichen Schwankungen führen können, aber genieße die positive Energie und die gesteigerte Kreativität in deinem Leben. Richte deinen Fokus auf die Selbstfürsorge und nutze strukturierte Routinen, um deine gesundheitlichen Bedürfnisse effektiv zu erfüllen. Übe dich in Diskretion, wenn es darum geht, Geheimnisse auszutauschen, und vermeide es, Klatsch und Tratsch zu verbreiten oder vertrauliche Informationen preiszugeben. Arbeite in deinen Beziehungen daran, zu akzeptieren, dass du nicht immer der Mittelpunkt des Universums einer anderen Person bist. Nimm ihre Individualität an und respektiere ihre Interessen. Während du dich durch die transformativen Energien dieser Woche bewegst, achte auf die Zeichen und Synchronicitäten, die dich zu entscheidenden Momenten führen. Vertraue auf den Plan des Universums und habe Vertrauen in deine Fähigkeit, das Unbekannte mit Anmut und Widerstandsfähigkeit zu umarmen. Deine diplomatischen und kommunikativen Fähigkeiten werden dir bei der Bewältigung aller auftretenden Herausforderungen gute Dienste leisten. Letztendlich kann diese transformative Phase zu persönlichem Wachstum und ausgeglichen Ehren und harmonischeren Beziehungen führen und deinen Lebensweg bereichern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Zwei der Kelche steht für Liebe, Partnerschaft und eine tiefe Verbindung mit einer anderen Person. Diese Karte deutet darauf hin, dass es heute um Beziehungen geht, ob romantisch oder anders. Sie steht für eine Zeit der Harmonie, des gegenseitigen Verständnisses und einer starken emotionalen Bindung. Die Zwei der Kelche ermutigt dich, die Verbindungen in deinem Leben zu schätzen und die Liebe und Unterstützung, die du von anderen erhältst, zu würdigen. Sie erinnert dich daran, dass ihr eure gemeinsamen Ziele erreichen könnt, wenn ihr in Harmonie zusammenarbeitet. Neben der Zwei der Kelche haben wir den Wagen. Diese Karte steht für Entschlossenheit, Willenskraft und den Drang, voranzukommen. Sie steht für eine Zeit, in der du die Kontrolle über deine Umstände übernimmst und sie in die von dir gewünschte Richtung lenkst. Der Wagen lädt dich dazu ein, deine innere Stärke und Willenskraft zu nutzen, um Herausforderungen und Hindernisse zu überwinden. Es erinnert dich daran, dass du die Fähigkeit hast, dein Leben in die Richtung zu lenken, die du dir wünschst. Als letztes haben wir die Fünf der Stäbe. Diese Karte steht für Wettbewerb, Konflikte und die Notwendigkeit, Herausforderungen innerhalb einer Gruppe zu bewältigen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Meinungsverschiedenheiten oder Interessenkonflikten konfrontiert wirst. Die Fünf der Stäbe ermutigt dich, einen Weg zu finden, Konflikte und Konkurrenz zu bewältigen, ohne deine Ziele aus den Augen zu verlieren. Sie erinnert dich daran, dass Meinungsverschiedenheiten zu Wachstum und Innovation führen können, wenn sie effektiv gehandhabt werden. Die Zwei der Kelche, der Wagen und die Fünf der Stäbe ergeben zusammen eine Kombination aus harmonischen Beziehungen, Entschlossenheit und dem Bedürfnis, Konflikte zu bewältigen. Lass dich heute von der Energie der Zwei der Kelche inspirieren, indem du die Verbindungen in deinem Leben schätzt und die Beziehungen pflegst, die dir am wichtigsten sind. Finde Harmonie und gegenseitiges Verständnis in deinen Interaktionen. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Wagens, indem du die Kontrolle über deine Umstände übernimmst und dein Leben in die Richtung lenkst, die du dir wünschst. Nutze deine Entschlossenheit und Willenskraft, um Herausforderungen zu meistern. Kanaliere die Energie der Fünf der Stäbe, indem du Konflikte und Konkurrenzkampf innerhalb einer Gruppe meisterst und dich dabei auf innovative Lösungen konzentrierst. Denke daran, dass Meinungsverschiedenheiten zu Wachstum führen können, wenn sie effektiv gehandhabt werden. Diese Deutung steht für einen Tag der harmonischen Beziehungen, der Entschlossenheit und der Notwendigkeit, Konflikte zu bewältigen. Mach dir die Energie der Zwei der Kelche zunutze, indem du deine Beziehungen pflegst. Nutze die Entschlossenheit und Willenskraft des Wagens, um deinen Weg in die Hand zu nehmen. Nutze schließlich die Weisheit der Fünf der Stäbe, um Konflikte effektiv zu bewältigen und innovative Lösungen in einer Gruppe zu finden. Denke daran, dass du den Tag mit einem Gefühl der Erfüllung und des Fortschritts in deinen Beziehungen und Zielen bewältigen kannst, wenn du harmonisch zusammenarbeitest, die Kontrolle über deinen Weg übernimmst und Konflikte mit dem Fokus auf Wachstum löst. Untertitelung des ZDF, 2020